Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen, ich bin's AceCave, das vor mir ist der Bunnyhopper und ja, wir sind hier wieder auf, äh, ja, unser Projekt AceCraft und ja, Tachchen. Tachchen? Er hat mir einfach die Worte genommen. Ja, haha, das mach ich gerne. Wieso schreist du eigentlich Tachchen? Ja, ich, weil, äh, ich möchte mich auch gerne ankündigen. Achso. Ja. Wie? Was machst du da? Ja, ich baue hier Dreck ab. Ja, das verstopft meinen Abfluss. Wo brauchst du denn den Lehm? Mal gucken, vielleicht brauchen wir das später. Guck mal, hier ist Bambus gewachsen. Ich seh dich nicht. Nee. Wo, wo ist er? Leute. Nee, also das wird mir jetzt echt zu viel. Ich, ich bring mich um. Ey, pass auf, der Tätenfisch, vielleicht kann er giftig sein. Hast recht. Pass auf. Da muss ich aufpassen, sonst krieg ich noch ein Tinnitus. Hört ihr's auch piepen? Und was machen wir heute so? Frag sowas nicht. Sonst gibt's ein Ei an den Kopf. Aua. Ey. Hallo. Benni, kommst du bitte hier hin? Bam. Oh, oh, oh. Voll in die Weichteile. Eichteile, auch geil. Ich hab Eichteile. So. Benni? Ja, ja, ja. Hallo. Gut, ich hab ne Idee. Und zwar lassen wir das heute mal so ablaufen. Du fängst an, das Haus zu bauen. Ja, genau du. Ich kann aber, du weißt, dass ich das nicht kann. Ähm. Und ich geh dann Schafe suchen und Wolle sammeln. Ja, aber ich kann doch gar kein, äh, Haus bauen. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Du kannst doch immer besser Häuser bauen, oder nicht? Ich kann was besser. Häuser bauen, nein. Ähm. Hast du was zu futtern? Ja, guck mal in die Tour. Oh, geil, Alter. Seht euch das an. Boah, wie krass, ey. Wie viel zu zuck mal einfach nur. Ja, nee, dann pass auf. Dann, äh, geh ich jetzt gerade mal los, so. Äh, und suche jetzt mal Schafe. Äh, ich würd mir hier einen Waypoint setzen. Drück mal C. Jo, jo. Dann pass auf. Mach ich irgendwie hier so. Äh. Drücke C. Mach ich hier. Oh, komm, mach ich direkt. Nee, hier ist ein bisschen Kacke. Mach ich hier unten. Drücke C. Jo, jetzt muss ich erstmal ne Farbe. Ja, die mach ich jetzt gerade auch. Ich mach, äh, lila, okay. Machen wir lila. Jetzt den mittleren, jetzt alle in Ruhe lassen und den mittleren. Achso, alle in Ruhe lassen und den mittleren. Ja, ja, und dann nach links. Okay, wie nennen wir, wie nennen wir den, also wie nennen wir das? Ähm, Hause. Nee, zu Hause. Ähm. Ich nenn ihn Unterschlupf. Nee, warte, ich nenn's. Okay, jeder nennt es anders, okay? Ja, ich hab den jetzt Unterschlupf genannt. Ich hab ihn Pennery Home genannt. Ich bin ja sowieso ein Penner. Pennery Home. Okay. Äh, darf ich mir hier Eisen nehmen oder ist das so? Na klar darfst du das. Hohoho. Ich guck da mal so in der Zwischenzeit nach Schafen. Äh, aus welchem... Äh, äh, da, hier. Äh, aus welcher... Äh, was laber ich hier, bitte? Nein, äh, aus welcher Sorte Bäume soll unser tolles Haus... Ganz normalen, ich würd ich... Also, dafür bin ich, weil... So, ich mag dieses neue Holz nicht. Was heißt, ich mag es nicht? Was, mit dem tollen Weißen? Weiß? Nee, nee, das ist... Für mich ist das mehr so Laminat als alles andere. Jetzt, äh, das sieht in nem Spax immer ganz gut aus, so. Lass dann so... Ach du Scheiße, ich hab gar kein Texture-Pack drin. Abo. Soll ich das reinmachen? Du machst das jetzt sofort rein. Ja, dann musst du ganz kurz warten. Weil dann sieht das extrem geil aus. Ich hoffe, ich hab's... Ich hoffe, ich hab's jetzt ausgewählt. Ja, wenn das einmal so ein bisschen stecken bleibt... Ja, ein bisschen ist gut. Also, jetzt geht's. Jetzt muss ich aber gerade noch was ändern. Warum hast du das Texture-Pack denn überhaupt rausgemacht? Schwupp. Ich finde, so sehen die Blätter schöner aus bei dem Texture-Pack. Warum? Wenn ich das auf, ähm... Schön? Schnell mache. Ja, ich hab das auch immer auf schnell. Immer. Ja, ich find's irgendwie... Bei dem Texture-Pack macht das keinen Unterschied. Fast. Ja, nein. Bei Swax ist das auch kein richtiger Unterschied. Aber, äh... Ich find das trotzdem besser. Ja, dann lass ich mal schön. Äh... Pfff... Schnell. Weil... Ja. Ne, das hat euch einfach nicht zu interessieren. Warum? Ist so. Es reicht langsam. Ey, manchmal backt der, äh... Hier... Wie heißt dieser? Tree Assist? Oder wie der heißt? Ja, Tree Assist. Ja, ja. Das dauert aber... Ich weiß nicht, wo meinst du? Also, bei mir... Es ist nur bei mir ganz selten, also... Ja, ja, bei mir auch. Wenn es bei mir ist, dann ist es dann, dass die Bäume nicht so schnell runterfallen irgendwie. Ne, bei mir holzt es mich manchmal gar nicht ab. So wie jetzt, Leute. So wie jetzt. Dann muss ich den komplett abschlagen. Ich hab Kohle gefunden. Ich nehm die dann mal mit, ne? Weil ich weiß ja nicht, wir haben nicht viel Kohle, oder? Ne, nicht wirklich. Ja, richtig geil. In meiner Hardcore-Folge. In der ersten, die, äh... Leider weg ist, weil die Welt komischerweise jedes Mal, wenn ich mich auslogge... Wie ist weg? Wie die Welt ist weg? Ja, die Welt ist weg. Ich hab mich ausgelockt und dann schwupp, weg war sie. Also musst du neu anfangen mit der Welt, oder? Ja, hab ich schon. Hab ich denen auch schon alles erklärt. Und, ähm... Da hatte ich in der ersten Folge... Äh... Ne, in der zweiten Folge, die ich gestern auch noch hoch... Ne, hochgeladen hab, doch, klar. Und also was? Da hab ich, äh, zwei Stacks Eisen. Äh, vier Stacks Kohle. Und jetzt, das geht da richtig ab. Schon lustig. In der zweiten... Ja, ich weiß es nicht, ich hab die Folge nicht gesehen. Ich hab nur eben einmal kurz reingeguckt, was, äh... Hast du da so abgeht? Jo. Aber nur so ein, zwei Minütchen so. Jo, ja. So, pass auf. Jetzt, der Balk hier vor unserer Haustür ist jetzt komischerweise weg. Ich weiß auch nicht, wo dran ist. Ich mach jetzt hier mal ein Point. Point. Äh, am besten mach ich den Point. Ja, welche Farbe? Irgendeine Farbe, die man gut sieht. Ja, mach ich so. Äh, Berg. Ne, mach ich. So. Ich hab jetzt ein Kohlebag markiert. Weil hier ist ganz schön viel Kohle drum. Aber die will ich jetzt nicht abhacken, weil ich will euch hier nicht belasten mit den ganzen Hackereien hier. Ich will auch was schaffen. Sowas wie Schafe finden oder sowas. Diese weißen, pummeligen Pokémon, ne? Pokémon, ne? Auch geil, ja. Pokémon, ne? Also, das sieht auch geil aus. Hier ist so ein Wasserfall zwischen Bäumen. Boah. Das sieht nicht schlecht aus. Ähm, schwuppdi-dupp. Ey, ich hab Säpfel. Ui. Da ist ein Dschungel. Oder ist... Ne, Dschungel, oder... Wenn du an der Wüste vorbeikommst. Bitte? Ich weiß nicht. Ich muss gerade mal... Gucken, so. Ne, doch. Da hinten ist ein Sumpf. Also... Nur Problem. Hier sind keine Schafe. Das ist gerade echt nervig. Schniegt gut. So, also hier kommt erstmal das... Baumaterial rein. Das machen wir dann jetzt. Alter, hier sind nur weiße Bäume, ey. Weiße Bäume? Ja, nur Birken hier. Achso. Okay. Boah, meine Musik rutscht irgendwie komischerweise echt ab. Wo kann man denn noch lang gehen? Ich brauche Sand. Ich brauche Sand. Scheiße. Was ist los? Ich bin gerade angegriffen. Piss dich. Einen Moment, Leute. Einen Moment, bitte. Ich habe schon wieder einen Zombie. Oh, nee. Jetzt kommt wieder das Rumgeflöte. Aber egal. Was ist das hier so? Gucken dabei. So ein Sonnenuntergang. Das ist echt scheiße. Du wartest kurz. Boah, Alter. Das passt jetzt gerade richtig. Vorher. War so ein richtig geiler Sonnenuntergang. Und dann mit der Melodie. Boah. Da könntest du bei einschlagen. Mein Gott. Ich habe kein Schwert mehr, ihr Lappen. Also, ich brauche Sand. Und hier ist Sand. Ich weiß nicht, ich glaube, aber ich komme jetzt wieder zurück, weil ich glaube, das schaffe ich hier nicht. Ja, dann kommen wir wieder zurück. Ja, aber Problem ist, wir brauchen ja auch irgendwo Wolle, sonst haben wir keine Betten. Und wenn wir keine Betten haben, dann müssen wir jedes Mal diese Nacht abwarten. Das ist echt behindert. Ja, behindert. Das regt. Da sind Schafe endlich. Und gerade noch nicht mal 500 Meter. Hast du deine Schere mitgenommen? Ja, ja, Schere habe ich mit. Äh. Zack. Aua. Oh. Das sind voll die Rassisten. Warum? Weil wenn ich die schere, dann sind die komplett schwarz. Ich musste gerade pfeifen zu der Musik. Die animiert jemanden mitzumachen. Jetzt, ich habe auch schon gesehen... Bumm. Da ist das Pferdchen tot. Oh, tötest du Pferde? Nee, aber hier ist ein Creeper explodiert. Boah, Alter, ich kann das gar nicht haben, ey. Das ist so eine blöde Anima... Ja, nee, das... Boah, ey, ich kann mir das nicht anhören, wenn die sterben, ey. Häh, häh, häh. Boah. Hören sich immer an wie so Pädophile im Busch, wenn sie sich einen runterholen. Woher weißt du das? Ich bin selber einer. Was soll ich denn da? Ich habe schon fünf Anzeigen am Hals. Von 80-Jährigen. Ach so, ja. Ja, ich spiele auf alte Leute. Wie alt bist du nochmal, sagst du? Äh, 35. Ah, okay. Dann parscht das hier schon. Warum sind hier so viele Spinnen? Ja, du, als ich irgendwie... Wie alt war ich da? Ich glaube, 11. Da, ähm... Ja. Wie soll ich sagen? Da hast du dann mit angefangen? Nee, da habe ich angefangen, ähm... Im Busch zu sitzen. Ja, wie gesagt, angefangen. Und habe erst mal ein Ei gelegt, ne? Mhm. Ja, und dann, ne? Habe ich, äh, erst mal Leute beobachtet. Und... Okay. Ja. Mit 12 habe ich angefangen, mit Minecraft zu spielen. Und dann war es das auch. Und jetzt bin ich 35, spiele Minecraft. Ja. Ha! 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 Entschuldigung. Ey, wofür denn? Also... Nee, ich meine zu dem Zombie. Achso. Der wollte mich gerade so ein bisschen... So, ich bin in 140 Meter... Au! Nein, ich werde ster... Ich bin tot. Das gibt es nicht. So eine Scheiße. Benni! Ja, ich sehe aber mein Death Point. Das ist ganz geil. Warte, warte. Ich komme jetzt hinter dir her. Ich werde dich retten. Warte. Du siehst mich ja, oder? Weil ich will die Sachen holen wegen dieser Wolle. Oh! Ich weiß gar nicht, welches Level ich war, aber ich glaube, ich war echt wieder ein hohes Level. Wie kriege ich denn den Death Point wieder weg? Auf M, ne? Ich werde auch sterben. Und dann, wo war denn das? Und dann, wo war denn das? Ich wollte dir helfen. Death Point, enable, disable. Nee, warte mal. Wie ging denn das? Äh, du drückst M. Ja. Dann Mitte. Dann Remove. Away Points. Ja, genau. Und dann Death Points. Dann markiere ich den und remove, ne? Jo. Äh, irgendwie kann ich den nicht remove'n. Äh, du musst den erst auch markieren an diesem Kreuzken. Welchem Kreuz? Ja, pass auf. Du gehst jetzt in Mitte. Mitte. Dann drückst du einmal, äh, rechts auf Remove. Dann musst du einmal auf diesen Death Point draufklicken. Ach so, ja, okay, ja. Okay, jetzt hab ich's. Ja, alles klar, danke. Ja, kein Problem. Leute, das sind Freunde, die sich unterstützen. Stützen, stützen. Ja, ich bin jetzt... Das ist das soziale Netzwerk bei YouTube. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ja, das Haus ist auch schon voll im Bau. Jo, ich seh's. Also, ich muss dir ein Kompliment aussprechen. Warte, ich kenne... So ein geiles Haus. Also, hätte ich nicht gedacht, dass du so gut bauen kannst. Ich dachte, du baust schöner. So, da werf ich noch Kohle rein. Hier ist Holz. So. Ich brauch jetzt aber noch das andere Birkenholz. Und Sand. Äh... Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Ja, du kannst die Folge beenden, wenn du möchtest. Also, ne? Okay, ich beende dann jetzt heute mal. Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Oh, die Musik ist schon wieder so toll. So. Äh, zack und zack. So, jetzt kannst du gerne beenden. Okay, jetzt beende ich. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann zieht mal den Daumen sowas von nach Augen. Ja? Auch bei Benni nachgucken unten in der Videobeschreibung. Dieser verlinkt. Könnt ihr das ganz mal aus seiner Sicht sehen, wie er gerade abgekratzt ist. Oh ja. Und... Ja, oh, hier sind Betten. Schlafen. Und für den Abschluss sag ich dann jetzt mal, ich verabschiede mich. Wir liegen im Bett. Und jetzt nicht mehr. Ich sag, ciao, ciao. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.